Bei Maschinenbau Silberhorn fertigen wir große und kleine Anlagen für die industrielle Reinigung von Bauteilen. Unsere Maschinen arbeiten zuverlässig bei Automobilherstellern und Zulieferern im Maschinenbau, im Bereich der erneuerbaren Energien, der Textilbranche und vielen anderen mehr. Unsere Kunden kommen aus der ganzen Welt. Sie schätzen unsere Erfahrung, unsere Kompetenz, unsere Ingenieurskunst. Sie bauen auf unseren Service und unsere Erreichbarkeit. Jeden Tag kümmern sich rund 200 Mitarbeitende darum, diesen hohen Anforderungen gerecht zu werden. Darunter sind auch viele Absolventen der Eckertschulen, auf deren Expertise wir seit vielen Jahren vertrauen. Darum haben wir uns entschieden, die Zusammenarbeit mit den Eckertschulen zu intensivieren und freuen uns über die Premium-Partnerschaft und jede Bewerbung eines Absolventen der Eckertschulen.